hallo und herzlich willkommen zu mr loop zockt pro cycling manager 2021 wir sind am ersten juni angekommen das heißt wir kümmern uns mal wieder um die dossiers hier und erinnert euch dran diese fahrer hatte ich mal auf die liste gesetzt weil die von uns ins auge genommen werden wollten ja das ist der kader fürs nächste jahr und das sind die fahrer die wir bislang aufs dossier gesetzt haben und sehen benjamin thomar für uns hat sehr hohes interesse ansonsten sieht das bislang auch ganz gut aus würde ich mal sagen ist noch keiner teurer geworden das interesse steigt stetig wir haben sieben punkte und da hatte ich ja meine ich lorenzo fortunato in den raum geworfen wobei wir natürlich jetzt ein bisschen im hinterkopf behalten müssen wen haben wir hier aktuell schon drauf gudy ist ein bergfahrer kosten vor ist ein puncher oder ja gut und scheur und bergfahrer freuen sprinter thomar zeitfahrer helfer noch ein bergfahrer schrägstrich gc oder was ist mit einem sprinter wenn ihr mal angucken welche sprinter so auf dem markt sind werden ja aber schon ist selbst dass die anderen franzosen ist jetzt auch nicht so bringen um es mal nett zu formulieren denn demar oder ohani poka den wir jetzt schon haben die unterscheiden sich alle nicht so sehr bennett und jakobsen ja halte ich jetzt ein bisschen für unrealistisch also olaf keu glaube ich wäre schon echt ziemlich geil weil er natürlich nicht besonders berg und hügel fest ist gibt es da vielleicht noch eine alternative peter sagern wird verfügbar ist aber schon 33 jahre als kurzer shoutout hier mal an kannenberg holy shit der hat sich ja richtig gut entwickelt der niederländer von ef auch nicht nicht zu verachten sage ich mal und dann wird es natürlich schon wieder deutlich schlechter auf die sprinter hier angeht anodeli ja den will ich auch noch mal ach nee den habe ich schon auf verlüste sorry never mind stimmt der wäre natürlich auch noch was den wir günstig sage ich mal holen könnten kokas verlängerung dem steht auch nicht unbedingt was im wege ja so dass ich jetzt tatsächlich denke ich mal in fortunato investiere denn preis leistungstechnisch und von den punkten her wäre das echt eine gute option nehmen wir den als sie übrigens mal wissen wollt ab und zu gebe ich ja mal hier so den einblick wie es mit dem kader so aussieht dann könnte jemand blick drauf werfen das heißt das sind hier jetzt die aktuellen wert der fahrer wer sich das gerne mal angucken möchte dem steht das natürlich gerne frei was ich auch noch ganz interessant finde oder was ist interessant sollte man zumindest mal ein auge drauf haben kam jetzt auch des öfteren in den emails wir haben ermüdungen und starke ermüdungen natürlich jetzt nach dem giro bei gewissen fahrern die werden dann erstmal eine pause machen müssen ist ja aber auch verständlich und so sieht es mit den renntagen aus oder haben aber gewisse leute schon ziemlich viele tage gefahren hier Givalier und Martins schon bei 57 beziehungsweise 55 Radrennen fahren wir natürlich heute aber auch noch und zwar steht natürlich jetzt bald so ungefähr in weniger als einem Monat die Tour de France an das heißt wir haben davor noch die Vorbereitungsrennen Kriterium du Dauphiné und Tour de Swiss ja Dauphiné werden wir jetzt heute fahren mit diesem Lineup hier ich habe schon mal ein bisschen geplant zwischen Dauphiné und Tour de Swiss dass wir einigermaßen schlagkräftiges Lineup an den Start bringen können vielleicht vermisst ihr hier jetzt oder auch bei der Tour de Swiss ein paar große Namen das liegt aber dann daran dass die im Trainingslager waren und oder noch sind ähm und sonst vielleicht schon zu früh den Formhöhepunkt auslösen zum Beispiel Badé, Bagui, Kokar deswegen jo habe ich mich jetzt für dieses Lineup entschieden wir nehmen Timolai mal noch mit für die ja doch einigen durchaus flachen bis leicht hügeligen Etappen die wir hier bei Dauphiné haben mal gucken ob der noch für ja ein zwei Etappensiege gut ist beim Giro lief's ja sag ich mal nicht so gut im Vergleich zu Consoni ähm ansonsten haben wir fürs DC hier Pierre Latour am Start Anthony Perez könnte vielleicht auch wieder eine gute Figur abgeben gucken wir mal wer ist ansonsten so am Start viele namenhafte Puncheure à la Philippe, Simmons, Pitcock und so weiter und unser Ziel ist mindestens ein Etappensieg bei der Dauphiné noch 59 Kilometer und bislang plane ich eigentlich damit dass ähm ich den Puncheuren hier ein Schnippchen schlagen kann mit der Riede Timolai der hat eine plus vier Tagesform und das steht noch an Steigung an zweimal haben wir hier noch ähm ein zweier Anstieg könnten natürlich hier noch mal richtig Gas geben gerade an dem letzten Anstieg aber ich denke da sollte noch genug Raum sein für Timolai wieder zu regenerieren und nachher spründen zu können ja das Tempo am letzten Anstieg ist tatsächlich noch mal sehr hoch ähm ich versuche jetzt mal mit meinen Jungs relativ weit vorne zu bleiben dass wir hier nicht komplett durchgereicht werden grundsätzlich ist die Zielanfahrt tricky weil es immer wellig bergab ja bergauf und bergab geht aber größtenteils bergab könnte recht kurvig jetzt wieder sein wird insgesamt eine recht schnelle Zielanfahrt sieben Kilometer vorm Ziel wird hier noch mal das Tempo angezogen von einigen Puncheuren ähm ja wir müssen jetzt echt zusehen dass wir nach vorne kommen oh das Feld reißt hier gerade naja beziehungsweise ist so in die Länge gezogen Regoard komm komm auch nochmal vorne ran wen haben wir hier jetzt Aramburu Pitcock Freile hey ich muss sogar auf eine 99 gehen ey nützt ja nix Verfolgergruppe hier von ein paar Leuten alter was ist das hier für ein Murks das läuft ja gerade ganz merkwürdig ab so jetzt mal mit Paris hier raus gehen Grégoire verpisst sich hier. Ich glaube, wir kommen nicht nochmal nach vorne. Das ist das Problem. Kann Chimo leider noch vorbeisprinten? Tom Pitcock wird wahrscheinlich gewinnen. Schafft Chimo, Leyes noch am Ende. Es wird sehr knapp. Nein. Ah, fuck. Da war auf jeden Fall der Sieg drin. Aber Hut ab, muss man sagen. Haben die sich hier an diesen Wellen echt krass abgesetzt. Und ich bin einfach nicht mehr rangekommen. Am Ende nur Platz 2, 3, 5. Ah, shit. Das hätte eigentlich der erste Sieg für Chimo sein müssen. Habe ich echt unterschätzt. Ich dachte, dass wir da eher wieder rankommen. Aber, naja. Es gibt schon mal gewisse Zeitabstände. Das könnte natürlich für die Gesamtwertung interessant werden. Latour ist natürlich vorne dabei. Die ersten 10. Zeitgleich gewertet. Dann danach Sagan und Co. mit 26 Sekunden Abstand. Und ab Platz 36 noch mal wieder ein paar Sekunden mehr. Relativ ähnlicher Etappenverlauf. Wenn gleich ein bisschen bergiger. Etappe 2. Das Ziel aber auch wieder flach bis leicht wellig. Favorisiert werden wahrscheinlich wieder genau die gleichen Fahrertypen. Könnte ein bisschen schwieriger werden für Chimo, Leyes. Also ich glaube, das eben war schon echt eine ziemlich gute Chance auf den Sieg und das Führungstrikot. Wir sind unterwegs. Ja, es ist schon ein sehr anspruchsvolles und wendiges Profil. Kann man nicht anders sagen. Zum Glück. Chimo, Leyes wieder gut in Form. Wir haben also schon die Option auf dem Sprint. Vorne vier Ausreißer. Unter anderem Leckmesund und Racing. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, das Rennen wird nicht zu anstrengend. Latour leider mit einer Minus 1. Hier übrigens Tom Pitcock in gelb. Wenn man sich seine Werte mal anguckt. Ja gut. Ist jetzt auch keine Schande gegen den in einem Berlin Sprint. So wie eben zu verlieren, muss ich mal sagen. Uiuiui. 44 Kilometer vorm Ziegel wird uns hier, beziehungsweise einigen Fahrern von uns, ganz schön der Stecker gezogen. Ähm, Nice, Penway, Gregoire fallen alle zurück. Für Latour wird es auch kritisch. Wir haben fast das meiste geschafft. Aber hier diese letzte Steigung, da haltet mir schon gerade nochmal ein bisschen Angst. Latour ist jetzt echt platt. Das wäre natürlich sehr traurig, wenn der da nicht mehr mithalten kann. Ja, und tatsächlich ist Latour jetzt erstmal weg vom Fenster. Äh, ich hoffe, der kommt hier nochmal ran. Aber wir haben ja gleich nochmal diese steile Steigung. Ähm, das war es dann vielleicht schon wieder mit dem Thema Gesamtwertung. So, letzter Anstieg. Mal gucken, ob es hier noch Attacken gibt. Ähm, sehr, ja, positiv anzumerken, dass immerhin Zimmermann, Chimulay und Paris hier noch dabei sind. Klar, die haben auch eine bessere Tagesform. Hier gibt es jetzt Attacken. Ähm, sind nicht mal ganz drei Kilometer berghoch. Ich denke, die drei sollten eigentlich dabei bleiben. Wir haben Latour jetzt auch wieder in der Gruppe gewertet. Aber, ja, das ist noch ein weiter Weg bis nach vorne. Zimmermann überquert hier den Gipfel als erster. Obwohl sich nebenbei nochmal ein paar Bergpunkte, aber die sind eher unwichtig. Latour, ja, schafft es nicht zu folgen. Wird also Zeit verlieren. Und, ja, jetzt wird es natürlich kriminell, hier den anderen zu folgen irgendwie. Ich will natürlich mit Paris keine Zeit verlieren im Kampf um eine gute Platzierung in der Gesamtwertung. Aber will selbstverständlich auch nicht, ähm, Chimulay sich hier selbst überlassen. Ähm, was machen wir? Wir folgen einfach mal mit Paris den Attacken. Zimmermann kann hier mal so eine 66 fahren, wenn kein anderer Tempo macht. Es gibt immer wieder Attacken. Ähnlich wie eben auf der ersten Etappe schon. Ist also unmöglich für uns jetzt das Ganze zu kontrollieren. Ja, vielleicht sind da vorne jetzt welche weg. Paris kann nicht folgen. Subrero, Osorio, Betiol. Chimulay muss jetzt hier alleine hinterherfahren. Das ist doch echt zum Kotzen. Paris, ja, kann leider auch nicht mehr folgen. Pitcock ist hier hinten. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen defensiver machen können. Aber ist ja auch nicht gesagt, dass Pitcocks Taktik hier die beste ist. Jetzt ist das Tempo ein bisschen raus. Jetzt gibt es so eine leichte Passage, wo es bergrunter geht. Wir folgen gerade Matthews. Eigentlich gar nicht so ein schlechtes Hinterrad. Scheiße. Kommen wir hier nochmal jetzt raus. Hinter Peter Sagan, Chimulay im Sprint. Es sieht gar nicht schlecht aus. Sagan gegen Chimulay und yes. Saustarke Leistung. Völlig auf sich allein gestellt. Gewinnt da Vidi Chimulay hier. Paris, komm, Sprint nochmal. Das sollte aber eigentlich zeitgleich gewertet werden. Zimmermann auch. Starke Leistung. Und ja, Pierre Latour fast drei Minuten hier weg. Wirklich Chapeau. Hut ab vor der Leistung von Chimulay. Also das hätte ich nicht gedacht. Im Prinzip auch ohne Anfahrerschaft. Chapeau ist hier noch gegen deutlich bessere Puncheure den Sprint hier für sich zu entscheiden. Klar, im Sprint ist er eigentlich der Beste von den Leuten hier. Quinn Simmons übrigens auch. Boah, absolut geiler Fahrer, muss man mal sagen. Zeitlich gesehen, wie sieht es hier aus? Paris, ja, zeitgleich gewertet. Zimmermann kriegt sogar 24 Sekunden aufgebrummt. Und Latour am Ende. Boah, vier Minuten, alter. Das bedeutet, in der Gesamtwertung ist Davide Chimulay hier führender vor Pitcock und Paris. Und natürlich führen wir auch mit Chimulay die Punktewertung an, das ist ja ganz klar. Aha, Chimulay in gelb. Das sieht man auch nur sehr, sehr selten. Und ja, heute sieht es gut aus. Da haben wir das Profil. Das sollte doch nochmal ein Sieg für den werden. Dann sieht es auf jeden Fall gut aus, das Trikot zu verteidigen. Ein einsamer Ausrisser hat sich versucht. Moritz ist natürlich nicht zu verachten, aber ganz alleine. Ich werde hier vorne spazieren und wir hinten im Hauptfeld. Und dann wird das auf den Sprint hinauslaufen. Wir sind auf den letzten 7,5 Kilometern. Das Finale der Etappe ist gleich nicht mehr besonders kurvig, sondern geradlinig. Wir haben natürlich hier bei Dauphiné keinen wirklichen Sprintzug. Kann man nicht von reden. Mal gucken, was Thibaut Nice hier in der Lage ist zu leisten als Anfahrer. Paris, ja, das ist glaube ich eigentlich soweit ganz gut aufgegangen. Paris geht gleich raus. Dann haben wir noch Zimmermann für die letzten 3 Kilometer. Das passt ziemlich gut. Und dann ist alles bereitet. Sozusagen der Tisch ist bereitet für den Sprintzimmer. Man zieht jetzt an. Nice bei 1,5. Und Shimulai geht bei einem Kilometer raus. Und sollte das Ding am Ende doch ziemlich souverän hier gewinnen. Jawohl, da können wir sogar noch jubeln. Sieg von Shimulai Nummer 2. Sogar zwei hintereinander. Vor Quinn Simmons, Peter Sagan auf Platz 3. Sogar Pierre Latour im Sprint auf Platz 4. Wobei ich Pierre Latour gerade noch als Kapitän, muss ich sagen, ist jetzt eine neue Aufnahme. Sieht man wahrscheinlich an meinem Outfit. Der Hinschat Shimulai drangehängt hat. Aber der ist ja schon weit zurückgefallen. Jawohl, zweiter Sieg von Shimulai. Somit natürlich auch weiterhin in Gelb. Paris weiter auf Platz 3. Somit eigentlich unsere Bestkarte im DC, wenn man so will. Wo natürlich die Frage ist, ob das jetzt auf Dauer so bleibt. So, Etappe 4 ist jetzt erstmal ein Zeitfahren. Ja, Pierre Latour ist hier einer der Außenseiter-Pavoriten, wenn man so möchte. Hat aber natürlich schon viel Zeit verloren. Ich glaube, der Tiole ist relativ weit vorne. Ich hoffe, Paris hat schon das ein oder andere Mal im Zeitfahren ganz gut überzeugt, dass er das auch jetzt hinbekommt. Shimulai wird aber natürlich definitiv das Gelbe verlieren. Pierre Latour ist jetzt unterwegs der französische Zeitfahren-Meister. Schlechte Tagesform, also können wir auch mit ihm hier nicht mal um ein gutes Tagesergebnis fahren. Und ich sehe, ist der ja eh schon weg vom Fenster. Ja, das Profil ist schwierig. Wir haben hier einen richtigen Anstieg drin. Dementsprechend natürlich später eine lange Abfahrt und dann nochmal ein flaches Stück. So vielleicht die letzten 7 Kilometer, würde ich mal schätzen. Grob, 7, 8. Bislang habe ich es noch nicht so gut hingekriegt, den Einsatz hier passend zu pacen. Wir hatten aber auch noch keinen annähernd guten Zeitfahrer. Die sind halt alle richtig Schrott. Berghoch kann man auf jeden Fall hier nochmal eine ganze Ecke mehr Gas geben, wie man gerade an Latour sieht. Gucken wir mal, wo der gleich bei der ersten Zwischenzeit ist. Ich gehe hier jetzt erstmal voll aufs Ganze. Man kann dann natürlich gleich in der Abfahrt regenerieren. Ich darf dann aber nicht zu viel machen, denn wir haben danach ja noch ein Kilometer langes Flachstück. Der ist jetzt bestimmt erstmal... Okay. Nevermind. Der ist einfach nicht gut in Form heute. Dachte schon, weil ich so viel Gas gegeben habe, dass der hier in Führung geht, aber nicht mal annähernd. Ich glaube danach die 80. Sobald es wieder flach wurde, war jetzt eine ziemlich gute Wahl. Gut, es ist zwar nur Antonio Nibali, aber zack, Latour hat quasi einen vor sich eingeholt. Aktuell auf Platz 10. Das ist aber nicht besonders gut, muss ich sagen. Anthony Perez fährt jetzt von der Startrampe. Somit sind wir bei den letzten Dreien angekommen. War uns Bertiol gestartet, hinter uns Pitcock. Ja, der ist natürlich nicht so gut im Zeitfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Bertiol die Führung übernimmt, wobei die Zeitabstände natürlich noch nicht so groß sind insgesamt. Das heißt, da können durchaus auch noch andere in Frage kommen. Ja, Timolai heute mit einem sehr schlechten Tag. Und ja, man kann nicht sagen, vom gelben Trikot beflügelt leider. Carlos Rodriguez war lange Zeit erster, wurde jetzt aber von seinem Teammate Garen Thomas überholt. Mit Anthony Perez schlagen wir hier erstmal eine 77 an. Das ist so im Zusammenspiel zwischen Gelb und der, ja, Leiste, wie lange es noch sozusagen ist, auf der Etappe der Schwarz-Weißen ganz gut ausgebalanced. Jetzt kommen wir so richtig nochmal in die Steigung rein. Da werde ich jetzt nochmal definitiv hochgehen. Und hier mit Paris mit einer 88 über die Kuppe gehen. 44, alter Schwede. Warum so schlecht? Eine Minute, neun Rückstand. Hm, das ist ernüchternd. Och, Davidi Timolai. Dreieinhalb Minuten verloren bei der ersten Zwischenzeit. Paris gibt hier nochmal alles auf den letzten Metern. Am Ende 1.15 aktuell Rückstand auf Thomas, nur auf Platz 31. Aber da hat er schon deutlich bessere Zeitfahren geliefert. Das bedeutet, am Ende, es bleibt dabei, Doppelsieg für Ineos, Thomas vor Rodriguez und Sobrero à la Philippe auf vier. Der war auch gut im GC platziert. Das bedeutet jetzt, ja okay, mit Tioll, da war ich ein bisschen auf dem Falschen. Bruce ist fünfter. Ja, doppelte Führung. Thomas vor Pitcock und Formolo. Also hat Tom Pitcock auch nicht allzu viel Zeit verloren, wenn er immer noch auf Platz 2 ist. Paris auf Platz 9, immerhin noch in den Top 10, das ist gut. Bergwertung ist aktuell Testfraktion vorne. In der Punktewertung natürlich Timolai, wie sollte es anders sein. Und hier sehen wir mal die Zeitabstände. Ja, viel trennt die Leute hier jetzt nicht. Pitcock auf Platz 13. Ja, würde ich sagen, sehr gutes Zeitfahren. Unser Bestzahl war am Ende Paris mit 1.16. Ist okay, würde ich mal sagen. Geht aber ein bisschen besser. Das bedeutet, in der Gesamtwertung ist noch alles drin. Je nachdem, wie hoch es natürlich in die Berge hinausgeht, wird Paris da Probleme bekommen. Etappe 5 sollte aber nochmal was für Timolai werden. Ein Kilometer verbleiben noch auf dieser Etappe und die Zielanfahrt könnte ein bisschen tricky werden, denn wir fahren gleich hauptsächlich bergerunter. Deswegen sollte ich möglichst früh weit vorne platziert sein. Der letzte Ausreißer Monique wird jetzt auch überholt. So sieht die Anfahrt aus. Ja, hier und da mal ein paar Kurven. Zum Ziel hin wieder nicht so ganz ersichtlich. Aber wird jetzt halt relativ schnell werden. Wir sind jetzt aber vorne platziert. Natur ist heute auch mal Teil des Anfahrtszuges. Warum auch nicht? Ja, hier ist es jetzt sehr kurvig. Wir haben jetzt kurz diese eine Gegenwelle. Da kann Zimmermann eigentlich mal übernehmen. Regoire hat seinen Job gemacht. Über das Feld ist schon ganz schön lang gezogen. Vielleicht kriegen wir das sogar so hin, dass ein paar Sprinter ein bisschen weiter hinten platziert sind und gar nicht so nah an unserem Anfahrtzug hier herankommen. Ja, okay, war vielleicht ein bisschen Wunschdenken. Aber ich denke, das geht soweit ganz gut auf. Nochmal, ja jetzt leicht ansteigen in Richtung Ziel. So zwei bis drei Prozent eigentlich durchgehend. Wir haben aber dafür die Männer. Das ist kein Problem. Latour übernimmt. Chimo Lais Energie-Regel muss ich auch noch nehmen. Chimo Lai bettelt sich jetzt so ein bisschen mit Nick Schulz gerade um die Position. Anthony Perez wird das Ding jetzt gleich anfahren. Machen wir jetzt mal. Chimo Lais geht raus bei 1,5. Ich lasse mich nicht von den anderen beirren. Chimo Lai muss aber halt irgendwie seinen Weg da raus finden. Ja, klappt zu guter Letzt doch noch. Und hier ist... Okay. Sag mal nicht, dass ich das jetzt so geplant habe. Das war schon relativ knapp. Aber wenn man am Ende gewinnt, ist es glaube ich auch egal. Alter, was ist mit Chimo Lai los? Ich glaube, der hat meine Kritik hier nach dem Giro richtig erhört. Und ja, der hat schon drei Etappen gefunden, oder? Ja. Sag mal gucken, ob man das aus dieser Einstellung... Meistens sind die ja immer nicht so brauchbar, aber erkennen kann. Da ist das grüne Trikot schon noch relativ weit hinten. Das ist eigentlich mal ganz cool. Wie die hier gefühlt in Zeitlupe sprinten. Da ist David Decker, glaube ich. Alter, das war aber auch allerhöchste Eisenbahn. Ja, somit am Ende erneut der Triumph für David de Chimo Lai. Ich würde mich mal gerade interessieren, was der bislang diese Saison so gerissen hat. Einfach mal, um so zu dekapitulieren. Ja, beim Giro zum Beispiel hat es ja leider nicht geklappt. Ansonsten bei der Katalonien Rundfahrt zwei Etappen. Bei der UAE-Tour eine. Und jetzt bei Dauphiné eigentlich sein bestes Rennen in dieser Season. Wenn man dagegen mal letztes Jahr vergleicht. Gut, beim Giro hat es auch nur, in Anführungszeichen, einmal geklappt. Aber immerhin. Bei Tireno gewonnen. Baskenland Rundfahrt. UAE-Tour zweimal. Ja, MSR war weiter vorne. Mal schauen. Ich weiß gerade gar nicht, ob der jetzt für Vuelta geplant ist. Das werden wir mal gucken im Verlauf der Season. Aber was Grand-Tour-Siege anbelangt, muss er natürlich eigentlich dieses Jahr noch ein bisschen nachlegen. Also so geht es auf Etappe 6 weiter. Ja, da bin ich mal gespannt auf die Steigung. Wenn es jetzt nicht ganz so steil wäre, wäre das ganz cool mit der Abfahrt in Richtung Ziel. Einfach, weil wir jetzt nicht so die besten Bergfahrer hier haben. Ich glaube, das wird wahrscheinlich zu schwer für Paris und Latour. Vielleicht könnte man mit Latour auch mal in eine Ausreißergruppe gehen. Boah, wir haben vielleicht eine Überlegung. Mal gucken, ob das was wird. Ich bin jetzt mit Latour und Timolai in eine Ausreißergruppe. Ähm, Timolai fragt ihr euch vielleicht. Äh, das ist ja sehr komisch und unpassend. Ja, aber der ist vorne gestartet und hat eine gute Tagesform. Wir beschützen einfach mal Latour. Wir fahren hier ein bisschen Tempo. Ähm, ja, einfach aufgrund dessen, weil es bis zur ersten Steigung ja noch ein bisschen was ist. Genauer gesagt, ja, 75 Kilometer oder sowas. Das Hauptfeld scheint was dagegen zu haben. Mh, könnte natürlich an Latour liegen. Der ist fast 5 Minuten entfernt im GC. Ah, aber man sieht leider eh selten bei PCM in so einwöchigen Rundfahrten. Finde ich eigentlich so gut wie nie mal Ausreißer-Siege. Aber mal sehen, vielleicht können wir das ja heute ändern, denn, ähm, ja, die Gruppe steht jetzt auf jeden Fall schon mal. Zweieinhalb Minuten. Wen haben wir hier noch so dabei? Mohoric, Verneudung. Ja, manches könnte natürlich auch einer für den Etappensieg sein als guter Bergfahrer. Mohoric ebenfalls mit seinen Abfahrkünsten. Ja, im Hauptfeld haben wir Perez, der hier von Zimmermann beschützt wird. Müssen wir mal ein bisschen weiter nach vorne fahren hier. Gregoire noch als Wasserträger und, ja, unsere anderen beiden, ja, fürs Flache. Ähm, die sind schon zurückgefallen, leider. Habe ich ganz am Anfang ein bisschen verplant, aber ich glaube, die wären eh keine großartige Hilfe gewesen. Ja, leider macht das Hauptfeld hier die ganze Zeit Tempo. Also, die haben was gegen diese Ausreißer-Gruppe. Auch wenn zwischenzeitlich die Lücke mal etwas größer wurde. Aber jetzt, ja, wird es schon wieder deutlich weniger. Hm, da fährt aber auch keiner so richtig. Ich greife jetzt einfach mal mit Latour an. Vielleicht können wir hier ja eine kleinere Gruppe entstehen lassen. Und wenn es ein Duo mit Mohoric ist, so what? Werden die uns fahren lassen? Können wir das ja einfach mal versuchen. Auf Bergtrikot gehe ich jetzt nicht mehr unbedingt. Das ist, glaube ich, nicht so relevant. Joa, ein Duo, knapp eine Minute Vorsprung. Sollte jetzt erstmal ein bisschen mehr wieder werden, aber wahrscheinlich reicht es nicht bis zum Sieg. Okay, da ist tatsächlich sogar noch mal eine Vier-Mann-Verfolgergruppe rangekommen. Tesfation, Maleki, Phermarke, Gaburo und, ja, rund zwei Minuten Vorsprung, aber noch 132 lange Kilometer in Richtung Ziel. Joa, und leider wurden wir jetzt auch hier 65 Kilometer vorm Ziel wieder eingeholt. Ähm, das heißt, ja, im Prinzip ruhen jetzt alle unsere Aktien auf Anthony Perez. Der sieht so mittelmäßig aus. Ähm, so sieht die Schlusssteigung aus. Durchschnitt 6,2 Prozent ist nicht so steil, aber fast 8 Kilometer lang. Das könnte also schwierig werden. Wir sind jetzt drin in der Schlusssteigung und es gibt direkt Attacken. Alter, das ist doch hier. Lammerting hält uns hier jetzt voll auf gerade. Ähm. Naja, mit den vorderen können wir uns wahrscheinlich eh nicht messen. Wer hat hier attackiert? Achso, es waren nur Pitcock und Brenner. Na, dann muss ich jetzt eigentlich auch nicht hier die Pferde scheu machen. Thomas hält noch still, aber, ja, was labere ich da? Warum auch nicht, denn Tom Pitcock ist jetzt den Teammate. Latour kann jetzt noch mal als Helfer dienen für Perez. Wie gesagt, zum Glück ist der Anstieg nicht so mega steil. Ähm, ja, wir haben zwar zwischenzeitlich mal so bis zu 8 Prozent. Aber es geht relativ flott hier den Berg hoch. Sodass vielleicht die Möglichkeit besteht, mit Perez hier durchzukommen. Der kann leider nicht gut abfahren. Sonst wäre das vielleicht einer. Pitcock ist dann natürlich besser aufgestellt. Hat eine halbe Minute Vorsprung vor dem Hauptfeld. Perez jetzt auf sich allein gestellt. Noch drei Kilometer. Energie-Riegel können wir mal nehmen. Wir müssen weiter nach vorne fahren. Sind bislang aber noch ganz gut dabei. Pitcock wird jetzt so langsam aber sicher wieder zurückgeholt. Ja, Perez nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Noch zwei Kilometer. Ja, ganz am Ende vielleicht so die letzten 500. Flacht es nochmal ab. Aber im Prinzip ist natürlich auch die Ziellinie jetzt oben. Direkt oben am Gipfel. Gut, die anderen taktieren. Ja, komm, schlaf ich jetzt nochmal ein bisschen. Schön langsam, langsam. Hoffe, es geht jetzt nicht nochmal irgendwie einer hier steil. Wir können halt mit Perez nichts mehr. So, und jetzt gehen wir auf nur 99 und hoffen das Beste. Was anderes können wir eigentlich nicht machen. 20 Mann Hauptfeld. Und ja, es geht halt steil berg runter. Vielleicht die letzten 200 Meter oder so nicht. Das heißt, ja, ich versuche jetzt, sobald wir gleich können, irgendwie anzugreifen. Aber ich befürchte, dass wahrscheinlich Alaphilippe, Pitcock und Co. an uns vorbeisausen werden. So, wir können jetzt attackieren. Zumindest hat sich die Leiste ein bisschen aufgeladen. Aber er kann halt leider nicht abfahren. Oh, sag ich. Zumindest von den Stats her. Aber hat jetzt gerade mal ganz kurz, so 5 Sekunden rausgefahren. Oh, Alaphilippe. Alaphilippe ganz nah dran. Die Abfahrt ist fast vorbei. Sprint Paris gegen Alaphilippe. Kommt es hier eigentlich zum richtigen Sprint? Soll nochmal eine Linkskurve. Jetzt wird gesprintet. Ja, ich denke, wir ziehen leider den Kürzeren. Und so ist es. Keine Chance. Ah, schade Paris. Aber ein schöner zweiter Platz. Die ersten 23, nee, 22 wurden zeitgleich gewertet. Alter, Garen Thomas hat sogar Zeit verloren. Eine halbe Minute. Das bedeutet, ja, es gibt einen neuen Führenden. Bleibt, das Ding bleibt bei Ineos Pitcock jetzt 7 Sekunden vor. Alaphilippe und LVB-Tirol. Anthony Paris auf einem guten 6. Platz. Da ist auch noch Luft nach oben. 28 Sekunden Rückstand. Auf Etappe 7 gibt es aber nochmal so einen richtigen Härtetest für alle. Denn hier geht es jetzt hoch hinaus. Da wäre es schon ein ziemliches Wunder, wenn wir mit Perez Platz 6 irgendwie verteidigen könnten. Da wäre ich schon allgemein mit Top 10 super zufrieden. Hier seht ihr die Favoriten. Das wird sehr schwierig für uns. Du Kacke. Ja, was die Helfer anbelangt, sehen wir schon am zweiten Anstieg. Wir haben keine Chance auf der Etappe. Wir sind einfach nur völlig dezimiert hier. Latour fällt sogar schon zurück. Was ist das für ein Tempo hier? Ineos nimmt das ganze Feld auseinander. Haben wir vorne irgendwie jemanden, der gefährlich ist? Ja, theoretisch Iking. 23 da mit 2,16. Aber es ist halt noch voll lang hin, mein Gott. Jetzt lässt sich Perez sogar selber zurückfallen, weil ich kein Wasser holen kann. Der Junge verdurstet. Der ist jetzt hier ganz alleine. Ja, das wird ein ganz, ganz bitterer Tag, glaube ich. Zum Glück konnten jetzt ein paar Leute wieder aufschließen, sodass zumindest zwischenzeitlich Perez mal wieder Unterstützung hat von einem Teammate. Aber alter, hier ist es gerade so steil. Ihr seht es tief schwarz und wir gehen so den Berg hoch. Freile macht hier Tempo für Ineos. Latour fällt wieder zurück. Perez hängt mit Hängen und Würgen hier noch dran. Vorne immer noch das Duo Iking und Mohoric. Riesing fällt zurück, wird wahrscheinlich gleich kassiert. Und die Schlusssteigung, ja, puh, die hat es auch nochmal in sich. 19 Kilometer lang durchschnitt 7%. Also Hut ab an Perez. Perez fährt so gut mit, wie es geht. Wir sind jetzt in der Abfahrt hier in Richtung Schlussanstieg. Und das Tempo von Ineos, muss man sagen, war einfach mal so schnell, dass Tom Pitcock sogar selbst nicht folgen konnte. Das ist natürlich sehr dumm. Ich habe das zwischenzeitlich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen, weil ich selber darauf aus war, Perez den Anschluss nicht zu verlieren beziehungsweise immer mal wieder Wasser für den zu holen, weil es einfach völlig auf sich alleine gestellt ist. Und auf einmal war Ineos irgendwie weg vom Fenster, zumindest Pitcock. Denn Oma Freile, der sogar die meiste Zeit von vorne gefahren ist, ist sogar noch dabei. Also ziemliches Eigentor von Ineos, denn Pitcock ist nicht mehr dabei und Thomas halt auch nicht. Wo ist denn Garen Thomas? Garen Thomas ist in A3. Das ist, ja okay, noch eine Gruppe weiter hinten. Ja, die KI ist nicht immer so die allerschlauste. Also wenn das jetzt so bleibt und noch ein paar rausfallen, dann ist Perez sogar auf einem guten Kurs in Richtung Top 10 vielleicht. Das wäre halt echt sagenhaft. Favoriten für den Sieg sind hier sicherlich Lopez, Goddue, Alaphilippe auch noch sehr stark dabei, Ayuso natürlich auch. Oder vielleicht Formolo. Und jetzt gibt es Attacken. Goddue, Lopez, Champuzan. Aber was den Sieg anbelangt, dazu müssen natürlich auch noch die beiden Ausreißer eingeholt werden. Aber ich denke, das wird gleich passieren. Es sind immer noch über 11,5 Kilometer bis ins Ziel. Die Gruppe fällt weiter auseinander. Hier werden ein paar Leute distanziert. Vielleicht hält Freile jetzt hier unweigerlich so ein paar Leute auf. Ich habe nichts dagegen. Ja, Perez. Vielleicht machen wir das Ganze mal so. Er hat hier seinen eigenen Stiefel. Kann natürlich nicht ganz folgen, das ist klar. Aber gar nicht mal so schlecht platziert. Ganz vorne haben wir jetzt Champuzan und Lopez. Dann Sivakov, Goddue, Verre, Alaphilippe und Iking. Horisch wird durchgereicht. Und dahinter haben wir dann schon Paris, der hier das Tempo setzt. Ist aber auch noch viel zu schnell. Ich gehe mal noch weiter runter. Ja, leider scheinen die anderen hier noch ein bisschen Reserve zu haben. Betiol mit dem ganzen Bergzug hier von UAE zieht an mir vorbei. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen hochgehen auf eine 64. Ja, wir werden schon noch ein bisschen an Boden verlieren, leider. UAE fährt jetzt noch mal von hinten das Feld auf. Betiol macht sich Aufwand davon. Wir fahren mal von hinten nach vorne. Iking, Alaphilippe. Dann haben wir Sivakov. Dann die Spitzengruppe. Werre fällt zurück. Sieht zumindest so aus. Okay, ne, never mind. Wer kann sich hier durchsetzen? Und wer holt sich das Führungstrikot? Wir hatten einen Zweikampf zwischen Lopez und Champuzan. Und es gibt den Zielsprint auch zwischen den beiden genannten. Es ist saumäßig knapp. Wer gewinnt am Ende? Es ist wahrscheinlich Lopez, oder? Oh, am Ende wird es nochmal sehr knapp. Lopez gewinnt. Holy shit, war das knapp. Codut Dritter wäre starke Leistung. Dann schon mal eine größere Lücke. Gucken wir mal. Ja, Paris ist schon ein bisschen durchgereicht worden. Aber am Ende immer noch sehr respektabel auf Platz 16. Klar, der Zeitabstand ist schon immens. 4 Minuten 30, aber es hält auch kein Bergfahrer. So, dass wir nun in der Gesamtwertung immerhin noch in den Top 10 sind, auf Platz 9. Lopez übernimmt die Führung eine Sekunde vor Champuzan und Betiol dann auf Rang 3. Ja, auf der letzten Bergetappe wird es dann sicherlich nochmal ein interessanter Zweikampf um den Gesamtsieg und wir versuchen mit Paris möglichst in den Top 10 zu bleiben. Die Punktewertung kann uns keiner mehr schaltig machen. Da gewinnt Shimolai natürlich aufgrund seiner drei Etappensiege das grüne Trikot. Bergwertung wird nochmal knapp. Iking aktuell knapp vor Mohoric. Nachwuchswertung Champuzan deutlich vorne und Teamwertung Ineos. Apropos Ineos, gucken wir uns das Tissima an. Sivakov auf Platz 6, Freila auf Platz 8. Also die beiden Helfer weiter vorne als Thomas auf 12 und Pitcock auf 14. Das ist schon eine lustige Geschichte, ey. Etappe 8 von 8. Wir sind am Finaltag angekommen beim Kriterium du Dauphiné. Okay, joa, nicht ganz so hoch hinaus geht es hier, aber auch wieder bergig, sodass die Leichen aber favorisiert werden. Ja, wird schwierig für uns. Ich denke, Ausreißen macht auch nicht so viel Sinn. Die Etappe sehr kurz. Von daher, ja, hat man eigentlich kaum Pausen. Es geht immer rauf und runter. Jetzt keine so richtig krasse Bergankunft, aber ich glaube, die Höhenmeter allgemein werden schon hart genug werden. Knapp bei der Hälfte des Rennens machen wir mal eben eine Bestandsaufnahme. Wir haben vorne wieder Reseng in der Ausreißergruppe mit Flores zusammen. Dahinter Brambila, Mainches, Brenner. Oh, das war's. Die sind ein bisschen auseinandergefallen. Insgesamt gerade so 2,40 der Vorsprung von der Spitze. Das Hauptfeld wurde schon ganz gut dezimiert. Es sind zwar noch recht viele dabei, wie man hier erkennen kann, aber zwischenzeitlich ging es dann den Helfern hier schon ziemlich an den Kragen. Wir müssen mal wieder ein bisschen Wasser holen. Was haben wir hier noch so an Steigungen? Ja, gerade der vorletzte Anstieg, der ist relativ anspruchsvoll. Nach oben heraus bei der letzten Steigung Richtung Ziel flacht das Ganze dann einigermaßen ab. Wir sind mittendrin im vorletzten Anstieg. Hauptfeld besteht noch aus 87 Fahrern. So, jetzt kommt es zu einer Attacke hier von Alberto Betiol. Ja, wenn man im DC noch was reißen will, dann ist das, glaube ich, die Gelegenheit. Pitcock setzt nach. Ja, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, wie dumm einfach mal Aeneas war am letzten Tag. Dass die sich da selber so ins Grab gefahren haben mit dem Tempo. Peres ist noch dabei natürlich. Das wird auch weiterhin so bleiben. Aber kann da vielleicht zur Schlusssteigung nochmal eine Lücke aufgehen? So, in der Abfahrt ist alles wieder zusammengelaufen. Das ist sehr gut für uns. Latour können wir noch als Helfer hier benutzen. Wir haben nur noch 8 Kilometer. Ja, wir sollten mal ein bisschen hier rausfahren irgendwie, dass wir nach vorne kommen. Denn allzu lang ist nicht mehr. Linkskurve hier jetzt und dann geht es den Berg hoch. Wie gesagt, ist nicht so besonders steil. Aber eklig langgezogen. Und ja, nach all den Höhenmetern haben wir halt einfach nicht mehr besonders viel zu geben an Power. So, Sivakov, Alter. Das ist eine heftige Attacke. Lopez setzt hinterher. Alaphilippe auch. Ja, die können jetzt natürlich hier nochmal aus Pfeuern schöpfen. Das kann ich nicht tun. Und sollte eigentlich, glaube ich, mit Peres eher Kräfte sparen und im Hauptfeld bleiben. Mit denen können wir uns wohl eh nicht messen. Sivakov, Lopez, Alaphilippe. Ja, im Hauptfeld. Sonst tut sich gerade nicht so viel. Jetzt wird es leicht flach, bevor es gleich nochmal wieder ansteigt. Und ich glaube, wir können hier nur so gut es geht irgendwie mithalten. Zum Glück ist das Feld hier jetzt auch gerissen. 13 Mann Gruppe haben wir. Vorne haben sich die drei zusammengeschlossen. Ja, Peres ist platt. Kann also nur noch so ins Ziel schleichen. Tatsächlich, ja, wird wohl der Gesamtsieg an Lopez gehen. Denn von Champuisant ist weit und breit nichts in Sicht. Lopez sprintet auf den letzten Kilometer. Und, ja, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Lopez gewinnt hier die nächste Etappe. Und somit auch Dauphiné insgesamt. Alaphilippe, dritter. Peres, ja, kann leider nicht mehr sprinten. Boah, ich denke, das sollte hoffentlich reichen. Ja, wobei, es gab nur ein paar Sekundenabstände. Wir haben jetzt nochmal auf ein paar Leute hier, glaube ich, verloren. Wenn wir nicht noch glücklicherweise zeitgleich gewertet werden. Wovon ich nicht ausgehe. Wird also nochmal interessant. Auch zum Beispiel Garen Thomas ist vor uns gelandet. Ja, wir sehen es. Ein paar Sekunden haben wir noch verloren. Das bedeutet, unterm Strich, ja, hat sich aber nichts geändert. Na, jetzt, wir bleiben auf Platz 9. Ja, Thomas ist nochmal nach vorne gekommen. Auf Platz 10. Vor Sivakov. Naja, immerhin für ihn hier auch nochmal aufs Podium. Ja, Lopez gewinnt vor Champison und Sivakov. Peres auf Platz 9. Auch bei ihm gucken wir mal, was da bislang diese Season schon gelaufen ist. Ja, Tour de Rom an die auch 9. Dauphiné 9. Ist halt so ein Kandidat für solche Rundfahrten da in die Top 10 zu kommen, glaube ich. Tour de Ander 6 da. Und im letzten Jahr, ja, das, was, glaube ich, vielen mir zumindest auch gut in Erinnerung geblieben ist. Träger des Führungstrikots bei der Tour de France da mit einem Etappensieg bei so einem punchigen Finale. Und auch hier und da bei so punchigen Sachen mal weiter vorne. Aber das war auf jeden Fall das Highlight. Da würde ich sagen, hat er diese Season, ja, auch gar nicht mal so schlecht performt für das, was der halt so im Leisten zustande ist. Äh, zu Leisten im Stande ist natürlich. Haha. Boric hat sich übrigens nochmal das Bergtrikot geschnappt. Ja, Punktewertung haben wir gewonnen. Also alles soweit bekannt. Das war's somit für heute mit diesem Video. Beim nächsten Mal geht's dann mit der Tour de Swiss weiter. Danach nationale Meisterschaften. Und dann steht schon wieder die Tour de France an. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt MrLukeZockProCyclingManager2021. Bis dahin macht's gut. Ciao. 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 Ciao.